super coole 13 wohnung wann bad südbalkon große deal im garderobenbereich fangen wir erst mal in dem wohnzimmer an als durchgangszimmer zum balkon und zur wohnküche südseite gehen wir erst mal in die wohnküche mit glasherd und spüle fenster zum balkon blickfensterseitig in die wohnküche blick zum balkon sonne scheint aber es kalt draußen sehr sehr frisch heute blick von der wohnküche ins wohnzimmer mit südbalkon wohnung mit laminat ausgestattet blick fensterseitig blick fensterseitig blick zum balkon oder in den balkon hinein blick vindsterseitig in der wohnküche für die wohnküche Untertitelung des ZDF, 2020 Das war der Blick von der Balkontür, Blick fensterseitig. Zurück zum Dielen im Garderoben-Bereich. Dann haben wir hier das erste kleine Schlafzimmer zum Innenhof. Heute ist leider Freitag und da werden die Frauen halt fleißig. Ich fange es auf einmal alle an zu arbeiten und mache die ganze Woche gar nichts. Auf jeder Baustelle ist das gleiche. Aber normalerweise ist ein super ruhiger Innenhof. Blick fensterseitig. Zimmer auch mit Laminat. Aber super hell, obwohl die Sonne auf der anderen Seite steht. Und die Blätter sind da nicht dran. Zwar ein bisschen Frühling, aber nicht so wirklich. Zurück zum Dielen im Garderoben-Bereich. Mal schnell einen schönen Blick ins große Wohnzimmer. Südseitig. Dann gehen wir hier ins zweite große Schlafzimmer zum ruhigen Innenhof. Super hell von draußen, das ist Wahnsinn. Dann haben wir hier Laminatfußboden. Und wie gesagt, zum Freitag werden die Frauen fleißig. Fangt die auf einmal an mit Arbeiten. Das ist unfassbar. Blick zum Innenhof. Blickfensterseitig. Tolles großes Schlafzimmer zum ruhigen Innenhof. Normalerweise, wenn die Handwerker nicht freitags arbeiten würden. Blick Richtung Bad und Garderobenbereich und Dielenbereich. Wannenbad. Vorhängige WC und Handwaschbecken mit Ablage. Beide 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 Ablage. Handohrheizkörbe Zurück zum Dielen im Garderobenbereich Genügend Platz für die Frau, für die Schuhe Der Garderobenbereich hinter dem Bad Hier nochmal ein Blick in das superhelle große Schlafzimmer Wohnzimmer südseitig mit Südbalkon Und dann sind wir durch die schöne 3-Zimmer-Wohnung Südbalkon Mannbad Auch schon wieder durch Danke fürs Zuschauen Euch einen schönen Tag, schönen Nachmittag Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal Dankeschön